Am 2. Juli fand das Finale der U21-Weltmeisterschaft der Handballer statt. In einem spannenden Endspiel besiegten die deutschen Junioren Ungarn mit 27 zu 20. Dabei wurde vor allem Deutschlands Nachwuchshandballer David Späth riesig gefeiert. Nicht nur von den vielen Fans der Mannschaft, sondern auch von prominenten Verwandten. Bei David Späth handelt es sich nämlich um den Cousin von Stefanie Giesinger. Das Topmodel war am Sonntag live vor Ort und feuerte ihren Cousin aus dem Publikum an. Und am Ende konnte Stefanie Giesinger noch ein Foto mit dem Sieger absahnen. Wie toll zu sehen, dass sich die Familie bei wichtigen Momenten unterstützt.